Zu viele Ausrufezeichen sind ganz schön anstrengend. Ausrufezeichen sollst du sparsam verwenden. Mehr als zwei bis drei auf 100.000 Wörter sind von großem Übel. So formuliert es, salopp paraphrasiert, der Schriftsteller Elmer Leonard in seinen Ten Rules of Writing. Und in der Tat weist er damit auf ein wesentliches Problem hin. In Büchern, Zeitschriften, in den Internet-Kommentarspalten und natürlich ganz besonders in der Werbung, überall werden wir mittels Ausrufezeichen angeschrien, oft in Kombination mit Großbuchstaben. Außerdem wird dieses Satzzeichen gerne mal in Reihe geschaltet, besonders bei empört verfassten Internet-Kommentaren. Sehr häufig findet sich auch das. Diese seltsame Erscheinung ist der Tatsache geschuldet, dass das Ausrufezeichen auf einer normalen Tastatur über der Ziffer 1 liegt und Kommentierenden in ihrer Erregung gerne mal der Finger von der Schrift-Taste abrutscht. Im Usenet, einem textbasierten Vorläufer des World Wide Web, das heute nur noch zum Austausch von, sagen wir mal, Dateien zu dienen scheint, hat sich daraus ein Meme entwickelt. Aus all dem folgt schon mal die erste Regel für den Einsatz von Ausrufezeichen. Ausrufezeichen treten stets allein auf, denn der Gott der Sprache hat sie geschaffen, um in Einsamkeit zu verharren und so ihre Botschaft umso strahlender zu verkünden. Also, immer nur ein Ausrufezeichen, so sehr auch der Finger juckt, aber zurück zu Emma Leonard und seinem Rat, Ausrufezeichen sparsam zu verwenden, er hat natürlich recht. Um kurz semiotisch zu werden, Ausrufezeichen sind starke Zeichen, die sich sehr schnell abnutzen. Bestenfalls nehmen Lesende sie nicht mehr wahr, verstehen sie als normale Punkte oder fühlen sich in ihrem Lesefluss gestört. Schlimmstenfalls entsteht für Menschen wie mich, die Gelesenes im Kopf gesprochen hören, ein Stressfaktor. Der Text schreit uns ununterbrochen an und macht die Lektüre zur Qual. Ratet mal, wie schnell ich so ein Buch wieder zuschlage. Aber mal umgedreht gefragt, wo gehören Ausrufezeichen denn nun hin? Wie der Name schon sagt, verweisen Ausrufezeichen auf einen Sprechakt, den Ausruf. Mehr noch, sie zeigen eine sogenannte Sprachhandlung an, also eine Handlung, die mittels Sprache ausgeführt wird. Primär gehören Ausrufezeichen also in das Reich der wörtlichen Rede. Doch auch dort dürfen sie sich nicht wild vermehren. Ihr Einsatz ist beschränkt auf drei Typen von Sätzen. Ausrufe, Befehle und Wünsche. Ausrufe treten in zwei Formen auf. Zunächst als reale Ausrufe. Aua! Oha! Schweinepuckel! Oh la la! Oha! Oder als ausrufähnliche Ausdrücke, also Sätze oder Teilsätze, die ihr mit erhobener Stimme sprechen würdet. Du verdammter Panda-Prügler! Ihr seid alles Schweinepriester! Befehle gibt es in zwei Geschmacksrichtungen. Zum einen als direkten Befehl. Rechtsum! Prügler gefälligst keine Pandas. Auf direkte Befehle folgt praktisch immer ein Ausrufezeichen. Allerdings könnte es bei folgendem Beispiel entfallen. Setzen Sie sich! Befahl er mit ruhiger Stimme. Hier steht ein Ausrufezeichen vielleicht der Gesamtintention des Satzes entgegen, aber das ist Abwägungssache. Persönlich würde ich hier das Ausrufezeichen weglassen. Ein allzu akribischer, regelvernarrter Lektor würde es wohl wieder einfügen. Kommen wir zur letzten Kategorie von Sätzen, die ein Ausrufezeichen erfordern bzw. erlauben, die Wunschsätze. Hätte ich bloß keinen Panda gehauen! Solche Sätze können wir als Stoßseufzer gen Himmel und somit als Ausrufe verstehen. Daraus legitimiert sich das Ausrufezeichen. Eine Sonderform des Wunschsatzes, die gleichzeitig besonders typisch für die wörtliche Rede und besonders selten ist, vereint Frage und Wunsch bzw. Frage und Befehl zu einer gen Himmel ausgestoßenen rhetorischen Frage. Hier haben wir die Qual der Wahl. Wir können solch einen Satz mit einem Fragezeichen beenden und betonen damit den Fragecharakter Warum immer ich? Mit einem Ausrufezeichen betonen wir den Ausrufcharakter. Wer hätte das gedacht? Warum immer ich? Wir können aber auch beides vereinen, im selten genutzten, aber zulässigen Zeichen Interrobang, das Frage- und Ausrufezeichen kombiniert. Warum immer ich? Für diejenigen, die sich fragen, wie dieses Zeichen erzeugt wird, der Altcode läutet 8253. Die Eingabe solcher Altcodes unterscheidet sich von Betriebssystem zu Betriebssystem, daher muss ich euch hier an die Suchmaschine eurer Wahl verweisen. Okay, Ausrufezeichen nur bei Ausrufen, Befehlen und Wunschsätzen, das ist eine klare, gut zu merkende Regel. Doch gibt es Ausnahmen? Dürfen wir das Ausrufezeichen noch in anderen Fällen verwenden? Dürfen ist immer so ein hartes Wort. Es hindert einen wirklich niemand daran, einen Text mit Ausrufezeichen nur so zu pfeffern. Doch wir sollten den Einsatz auf die genannten Fälle beschränken. Aber Ausrufe, Befehle und Wünsche sind nicht nur auf die wörtliche Rede beschränkt. Selbstverständlich lässt sich ein Befehl auch per Textnachricht erteilen. Und natürlich finden sich Ausrufe oder Wünsche auch im inneren Monolog von literarischen Charakteren. Verdammt, jetzt war der verfluchte Schlüssel abgebrochen. Wie soll er so rechtzeitig nach Hause kommen? Wäre er doch gleich daheim geblieben. Auch hier gilt natürlich das Gebot der Sparsamkeit. Ausrufe und Befehle begegnen uns zudem im Alltag in der Werbesprache. Jetzt neu! 50% Rabatt! Jetzt probieren! Auch hier sind die Ausrufezeichen legitim, aber, und das geht an alle WerbetexterInnen, vor allem aber an mich selbst, Nicht jede Headline, nicht jeder Slogan ist ein Ausruf oder ein Befehl und selbst dann ist ein Ausrufezeichen nicht immer notwendig. Deshalb kamen die beiden folgenden Slogans ganz ohne Ausrufezeichen aus, obwohl es sich um einen Ausruf bzw. eine Handlungsaufforderung handelt. Ihr kennt sicher die Marken, zu denen diese Slogans gehören. Jetzt seid aber ihr an der Reihe. Wie haltet ihr es mit Ausrufezeichen? Wie verwendet ihr sie? Was empfindet ihr, wenn ihr in Texten auf welche stoßt? Sagt es mir in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal! Brumm! 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.